Ich freue mich immer, wenn die Stimmbevölkerung einem Schulhausprojekt zustimmt. Beim Jahr zur Volksschule Baumgarten ist mir aber gleich ein Stein vom Herzen gefallen, denn am Schulstandort Laubeck ist der Schulraum besonders knapp. In der neuen, sehr urbanen Schule werden die Lehrpersonen innovative Unterrichtsmodelle umsetzen und ich bin auch davon überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler sehr gerne dorthin in die Schule werden gehen, denn viele von ihren Ideen konnten wir dann ins Bauprojekt aufnehmen.